Was los Bitches? Okay, Spaß beiseite. Nein, es war kein Spaß. Wir sind hier gerade auf dem Weg Richtung Venice Beach, fast da. Und Sui fährt uns hier gerade... Venice Beach. Und Sui fährt uns hier gerade schön Richtung, ja, im Prinzip Richtung Strand. Schöne Schwierigkeiten in Venice. Mittler am Standard & Loco und White waren beide Mittler am Schlüssel aus den Niederlanden, aus der guten Ukraine. Unser Fahrer ist natürlich Deutscher, wie man sieht. Er macht übrigens sehr viele Witze über sich selbst. Er ist professioneller Gamer, aber nur im Underground. Offiziell ist das anders. Darüber reden wir einander mal. Ja, gutes Wetter auf jeden Fall mitgebracht. Also laut ihm ist das Wetter scheiße, aber ich würde sagen, für uns ist das Wetter ziemlich gut. Und wir sind jetzt gerade am Parkplatz. Ich glaube, Sui hat einen gefunden. Ich glaube, Sui hat einen gefunden. Ja, wir sind jetzt am Parkplatz. Und mal gucken, was da so geht. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Ausschnitte haben. Vielleicht wollen wir nachher mal ein kleines Interview hier mit ein paar Jungs von ihnen machen. Ein bisschen quatschen und euch noch ein bisschen was zeigen, was da geht. Aber läuft, wir haben einen Parkplatz gefunden, liebe Freunde. Also, Blizzcon, übrigens heute holen die Leute ihre Tickets schon ab für morgen. Und der Shopper hat da, glaube ich, schon auf. No red sign. No red sign. Okay, Freunde. Ihr seht gerade, wie ich mich bewege. Eigentlich nicht, das Auto ist das. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ihr könnt euch nicht sehen, das ist das. Nein. Ihr könnt euch mal schauen. Ja, man, ihr nehmt euch das. Ich kann euch mal schauen. Ihr bleibt wohl sein, wir kommen zuerst. Das ist gut. Aber es wundere. Okay. Weiter geht's. Loser sind raus. Ich weiß nicht, er hat einen Abstand auf mich vor. Wir sind hier heute in Venice Beach, wir wollen euch ganz viel über Starcrash 2 erzählen, passiert ja auch fast, ne? Wildrise dabei, ist ja schon mal ein Brottaussspieler. Er ist halt so imber, er rennt halt ins kälteste Wasser. Wir kämpfen doch gleich gegen welche Haie, hat er gesagt. Mal gucken, wie viel er mitnimmt, wenn ich wegschwimme und sterbe, einfach nur wegen der Kälte. Er überlebt das, nachdem er 15 weiße Haie vernichtet hat oder so. Na ja, so sieht unser Tag, harte Arbeit ist das hier, harte Arbeit, ne? Wo man entscheiden muss, ob man ins kälte Wasser bei schönem Wetter geht. Ja, was soll man machen, ne? Ja, ich fühle mich auch schon ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, dass wir hier so ein Luxusleben gerade führen. Aber muss ja auch mal sein, ne? So, Marius hat sich aber auch gefordert auch mit reinzugeben und hat gar keine Beine. Habe ich nicht gehört. Natürlich hast du das gehört! Du haltest jetzt den Maul hier! Du kommst auf jeden Fall mit! Du kommst auf jeden Fall mit! Ah, hier ist es eh nicht gut! Wie war's? Geil! War gar nicht so kalt, wie ich dachte. Im halben Grad werden wir was durch den Tiefen, aber gut...schöne...hier schon. Im halben Grad werden wir was durch den Tiefen, aber ich denke, es ist Zeit für den Tiefen. Yeah, you're not just my type Oh, I think it's time to begin with Yeah, you're not just my type Yeah, you're not just my type Oh, we got a pulse in you, I'm breathing Yeah, you're not just my type Oh, I think it's time that we can live in Yeah, yeah, that's just my time Oh, I think it's time that we can live in Yeah, yeah, that's just my time Ooh 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 Hallelujah Amen Danny's Burger Loco Mr. Whitley And Mario is natürlich an der Creme Das hat jetzt hier gerade ziemlich lang gedauert Weil Marius Meatballs mit Spaghetti In einem Burgerladen gestellt hat Aber wir lassen es jetzt gut gehen Und sehen uns auf jeden Fall später wieder Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus Guten Hunger an uns allen Tschüss